WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Aber ich bin fast geneigt zu sagen, wir packen uns diesen Phönix-Park-Gedöns-Geschichte. Weil das scheint ja ziemlich viel Zeug zu geben, wenn wir es richtig schaffen sollten immer. Problem, ich weiß nicht, ob unser Team gut genug ist dafür. Das ist mein großes Problem. Ich weiß nicht, ob unser Team gut genug für das Ganze ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt noch dieses Feld angreife, also jetzt das schaffen sollte, dann haben wir sofort wieder, kriegen wir direkt gesagt, unser HQ wieder angegriffen. Letztes Mal waren es auch drei Felder, glaube ich, gegen Ende. Und dann wird unser HQ angegriffen. Das heißt, wir haben jetzt nur die eine Variation. Wir greifen das jetzt an oder... Wobei... Ich sehe gerade, wenn ich das hier einnehme, sind es noch vier Gebiete, nicht drei. Ich würde sagen, wir versuchen es trotzdem. Ich meine, was soll Schlimmes passieren? Äh... Ganz schlimme Dinge? Wahrscheinlich ganz schlimme Dinge. Versuchen wir es trotzdem. Puh, wir müssen weg, kill sie alle und so, destroy die Mountainranges. Warum soll man das zerstören sollen und so. Wir sollen viele töten, bevor sie sich zurückziehen können. Das ist jetzt mal eine ganz neue Logik, aber egal, machen wir es mal. Oh oh. Warte einen Moment. Warte einen Moment. Wieso war da denn gerade so eine Animation, die da aufgestiegen ist? Oder gibt der Explosive Decay? Als ob das ein... Ach so. Dieses hüppelnde, fliegende Ding lässt die Viecher explodieren. Das ist es also. Ha. Das ist gut zu wissen. Also der gibt den anderen die Fähigkeit zu explodieren. So ist das also. Ha, 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 ha. Hm. Da gehst du nach hier. Du gehst nach hier und du gehst nach da. Ja. Bin jetzt sehr gespannt, wie man das hinkriegen soll. Der schießt auf mich mit Fernkampf, wie das aussieht. Der will mich anscharchen. Das Problem ist, hinter mir ist aber was. Das heißt, ich kann nicht mehr weggehen. Und da kommt jemand Neues raus. Das gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht. Ich kann mir nur vorstellen, wenn ich jetzt... Ich kann den einfach nach hinten schießen. Dann kommt mir ins Kanal direkt neu. Ähm. Hm. Das Problem ist, die bringen den hier um wahrscheinlich. Wenn ich jetzt frontal in die Reihen laufe. Guck, wie schießt der überhaupt? Der macht drei Schaden, bitte. Aber hier sehe ich auch gerade den komischen Symbol neben dran. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall aus dem Weg bewegen. Wie soll ich das denn jetzt machen? Also überleg so, äh, warte mal. Ich stelle mich vielleicht hier hin und schieße dann... auf den Drauffragezeichen. Steht der dann auch auf so einem Rauffeld? Problem ist, da hinten das Ding geht wahrscheinlich, hops. So wie der aussieht. Das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall, wo ich hier diese... Ist das ein Roboter-Lib? Okay, das Ding auf jeden Fall ganz bleibe, weil ich es uns anstelle. Äh, okay, okay. Fangen wir mal vorne langsam mal sicher an. Kann ich bis hier unten hingehen? Dann schieße ich den erstmal zur Seite, Fragezeichen. Ich glaube, das ist nicht der... Wo wir ihn machen. Schießen den erstmal zurück. Der ist nämlich gleich dafür tot. Äh, dann bewegen wir den hier rüber. Kommen eh nicht weiter gerade. Also in der Mitte des Feldes mache ich keinen Schaden, aber nur aus den Außenröhnen rumliegen. Warte mal ganz kurz. Kann ich das irgendwie sinnig benutzen bei mir jetzt? Könnte ich irgendwie sagen, komm, du wirst nach vorne gedeutet? Nee, bringt mir nichts. Wie weit schießt der damit eigentlich? Kann ich weglaufen von dem Typen? Au. Ich kann höchstens hier hingehen, damit der mich anchargt und den umhauen dann kann. Quasi. Problem ist, ich könnte die auch nicht rüberschieben. Egal, wo ich den jetzt hier hinschiebe. Wobei, warte mal, den könnte ich hier rüberschieben trotzdem. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, dann mache ich auf den Dinger wieder Schaden. Ah, na. Was? Hey, dass die Artillerie jetzt nach außen nur Schaden macht, nicht mehr in der Mitte, das ist für mich jetzt absolut ein Desaster, glaube ich. Das tut mir so viel Pleine durch Kreuzen gerade, das gibt es gar nicht mehr. Wenn ich den jetzt rüberschieße, schießt er ins Leere. Das wäre vielleicht gar nicht so eine scheiß Idee gerade mal. Das war keine so schlaue Idee, fällt mir mal gerade mal an ein. Aber wenn ich dich nach hier hingehe, dann bringe ich den wenigstens um. Aber jetzt schießen die alle näher und dann muss ich durch. Der schießt den, dass es vorhin wo niemand ist. Der chargert an und bringt leider was gefunden. Okay, aber das ist doof. Dafür ist jetzt die Explosion-Geschichte weg. Oh, nee, oder? Okay, wo haust du hin, Kollege? Du haust nach da gerade, das heißt, mit dem können wir hier nach unten schießen, dann würde der hier jetzt nichts hauen. Ich könnte den hier rüber laufen lassen, dass der hier runter marschiert, dann chargert der ins Leere. Dann gehst du hier rüber und haust den Spaß hier rein. Da spawnt eh gerade jemand, das ist auch ideal. Dann gehen wir doch nach hier. Am liebsten Mühe hier hingegen, geht aber nicht. Okay, du gehst nach hier. Haust den hier rüber. Dann kannst du nämlich, denke ich, ob du bist... Ich dachte gerade, was passiert denn jetzt? Keine Bahne, Jungs. Alles ist gut. Ich habe gerade eine riesen Idee. Das könnte sogar klappen, weil ich gerade vorhabe. Wir wägen den hier rüber. Wir schießen den hier rüber. Gehen nach hier vielleicht. Ich kann nach hier gehen, reicht eigentlich. Schießen den hier rüber. Tja. Also guck, äh, ja. Aha! Success! Moment, wir müssen aber zwei Mautens irgendwie noch zerstört kriegen, auch noch zwischendurch. Und ich muss Gegner getötet kriegen auch noch. Naja, das klappt schon hoffentlich irgendwie. Frage, Zeichen, Frage, Zeichen. Mal gucken, warum das jetzt gleich stattfindet, alles. Der haut den. Yeah, haut den. Gut, gut, gut. Der wird gekillt. Gut. Was will der denn abmurksen? Achso, der macht so... Ach, der macht... Wait, warte mal. Können wir mal gerade stehen bleiben? Ich muss... Ich muss einfach gucken, was hier passiert. Okay, wir müssen auf jeden Fall die ganzen Berge noch kaputt machen, in irgendeiner Form. Auch wenn ich jetzt noch nicht genau hundertprozentig weiß, wie ich das anstellen soll. Sonst boxe ich den wieder zurück, dann ist der aber direkt tot. Ah, shit. Also wir können erstmal hier weggehen. Gehen vielleicht hierhin, dounen... Ne, da ist ja niemand im Weg, shit. Mal killen den hier sofort erstmal. Nein, das machen wir schon mal gerade nicht. Dann müssen wir sogar... Ne, ich kann nicht stehen bleiben, oder? Warte mal, ich kann stehen bleiben, fällt mir mal gerade mal ein. Natürlich kann ich stehen bleiben. Wieder jemand tost. Ich muss irgendwie langsam auf den Berge schießen, leider. Das ist mein Problem. Ich hab nur zwei Runden Zeit. Wieso, ich... Ich krieg doch niemals so einen Berg mehr zerstört, oder? Ne, ich krieg keinen Berg mehr. Das wäre schwer, das wäre schwer. Aber wirst du, hör... Dann müssen wir mal durch. Das gefällt mir irgendwie gerade nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht, wer steht vor. Ähm, das war eine Scheißidee. Ich mein, ich sollte mir das wirklich aufheben für wichtige Missionen, aber... Also für wichtige Sachen eigentlich, aber trotzdem. Ich glaub, das machen wir trotzdem so. Ich noch morgen, retten wir da rein. Ich hab grad gedacht, ich hätte auch da rein... Wobei, kannst du mich bewegen? Oh, ne, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist doch egal. Das heißt, wir gehen mit... Bleiben hier stehen und schießen erstmal in den Robben, das Atom. Und du musst... Oh, echt, eine bessere Idee. Ich baller hier hinten rein. Das ist doch viel bessere Idee. See, see, see. Oh, das ist... Vielleicht baller ich nachher in Ruhe. Da bin ich... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Schon haut er ins Nix. Das ist... Okay. Toll. Wait, was macht er hier gerade? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Sekunde. Ach, der schießt auf mich. Problem ist, die ganze Schlüssel kann ich nicht benutzen, um die Berge zu zerstören. Und mich grad echt ancast ein bisschen. Ich hab noch eine Runde Zeit. Wait, ich muss auch mindestens einen Gegner getötet kriegen. Kann ich überhaupt irgendwas machen dagegen hier? Ich glaub nicht. Der einzige... Also, guck. Nee, ich kann wirklich wenig gegen irgendwas tun, seh ich grad. Kann ich mit so einer... Erstmal ganz wichtig. Ich kann eh keine Stunde mehr resetten. Wie viel hält so ein Bag denn aus? Block, move in, damage, twice... Ach, ich muss zweimal Schaden machen, bevor so ein Bag zerstört ist. Dann weiß ich auch nicht, wie ich es mir hinkriegen soll. Selbst wenn die beiden auf so ein Ding schießen, krieg ich ja... Mit niemandem... Keiner der Gegner krieg ich irgendwie dazu noch, um auf den Berg zu schießen. Das heißt, man ist das eher... Ein bisschen dürrisch, das Thema. Es sei denn, natürlich. Ich kann... Einziges, was ich machen kann, ist... Damit es nicht normaler Leute irgendwie Schaden kriegen. Großartig. Mach den kaputt. Okay, Berge hab ich ganz gelassen. Ich hätte irgendwie die Gegner mehr benutzen müssen, sodass sie Berge zerstören können. Ja. Ja, 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 ja. Das hätt ich machen müssen. Ich hab ein paar Leute verloren, leider. Aber wir haben dafür die Roboterfabrik wie ins Stand gehalten, gekriegt irgendwo. Okay, wir sind immer noch nicht durch. Wir können aber was benutzen, oder? Können wir jetzt schon benutzen, sofort? Mhm. Beziehungsweise, nein, kann ich noch nicht, wa? Oder? Fragezeichen? Scheinbar doch. Ist die Frage, ob ich den jetzt besser machen will, oder jemand anders mal langsam. Zum Beispiel der mit Move und Speed, dass ich mir einfach mehr Schaden mache, damit die Leute einfach tot sind geweckt, wenn ich drauf schieße. Oder dass die Gebäude endlich mal immun sind. Das wäre vielleicht eine Riesenidee. Und dafür den Move und wieder runternehmen. Ich glaub, mach ich das auch. Hier, install mal. Nein, okay, okay. So. 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 Gebäude sind jetzt immun. Also erstmal, ich muss mich ja immer ständig darum begegnen, dass die Gebäude vielleicht Schaden kriegen. Und die Gegner kriegt jetzt nur noch Schaden davon. Da kann ich auch sagen, ich hab plus einen Schaden noch extra. Okay, immer zwei Schaden. Weiß ich aber nicht, ob ich das wirklich so ausbauen wollen würde. Aber nehme ich auf jeden Fall erstmal. Gut, gut. Gut, das ist die Frage. Was nehmen wir jetzt noch? Was brauchen wir überhaupt hier oben noch? Wir können eine Energie noch mehr holen, wenn wir haben wollten. Oder wir können... Ne, wir kriegen eh über das Gleiche, glaub ich. Dass die weniger Schaden kriegen sollen. Protect the emergency batteries. Okay. Irgendjemand im Leben halten, find ich nicht toll. Und äh... Nehmen wir das hier oben. Was, da wird auch... Ja, ja, da geht irgendwas ständig kaputt. Aufpassen, wenn wir nicht sterben gehen. Ja, wird schon hinhauen. Oh, oh. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. Das ist bloß, es ist immer so eine komplette Karte, die weg geht. Ich muss ja nach hinten stehen. Oh, das wird knapp. Okay, dann stelle ich dich erstmal Arie oben. Du noch hier. Du noch hier. Irgendwie habe ich mit meinem Standard... Äh, immer so ein Standardbechenstellerei. Aber ich nehme es jetzt einfach mal. Hm. Auf der anderen Seite war ich, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht hat man uns mit dem... ...mit eher sogar hier vorne hinstellen, damit die hier vorne sich dran stellen müssen. Wobei, das ist keine gute Idee, wenn die sich dran stellen müssen. Machen wir es doch mal so. Ich bin gespannt. Oh, was, was, was? Okay. Und wir sollen das Ding retten. Okay, das wird eine ganz schnelle Mission werden, habe ich gerade den Eindruck, oder? Eine ganz, ganz schnelle. Shit. Holy Dreck shit hier. Und ich komme nicht mal vorbei an den. Wo sch... Wegen greift der überhaupt an? Ach, der greift mich an. Moment mal, wenn ich jetzt geschossen habe, kann ich mich nicht bewegen, oder? Ich könnte also das hier... Warte mal. Ich könnte mich hierhin bewegen, schieße hinten rüber, weil der würde ja keinen Schaden kriegen. Dann wird der nach da gerückt, der nach hier gerückt. Und dann haue ich mit dem Typen den sofort tot. Ja, ich glaube, die ernste Variation, die ich gerade sehe. Die Gebäude kriegen ja glücklicherweise keinen Schaden mehr jetzt. Also hat er abgehört, sich definitiv rentiert. Gut. Du gehst hier rum und manschst den mal kurz. Und du gehst schnell nach hier und... Ja, holst du das dann. Ja, Time popped. Den haben wir natürlich schon mal bekommen, das ist schon mal wunderbar. Und könnte irgendwas Sinn und was noch tun hier, vielleicht rumschießen oder so? Aber ja, no, wir können allerdings dergleichen tun, also warten wir erstmal ab und gucken, was passiert. Ja. Jetzt mal... Das ist knapp. Die ganzen Fritz aber jetzt ins Leere. Was vielleicht ganz gut ist. Einer wird geblockt, wunderbar. Und dann kommt einer raus. Oh oh. Oh oh. Ähm. Ähm. Das Gute ist, ich muss mich fast um die Gange alle kümmern, weil... Warte mal, oder? Erst kommt Feuer Schaden, dann entweder... Hey, der Typ ist tot. Das hier muss ich mich nicht drum kümmern, weil es gleich mit kaputt geht als erstes. Das heißt mal, wir räumen sofort... Ähm... Oder den? Wahrscheinlich, ne? Das heißt mal, wir gehen... ...einen Schritt hier rum. Ja, der hat den nicht erschlagen. Okay. Das heißt mal, wir schießen jetzt so, schubsen den zurück in das Feld, wo er nichts machen kann. Töten dieses... ...flatternde Vieh nicht, sondern lassen es einfach stehen. Rück und aber dahin. Fahr hier hoch. Und schieß hier rüber. Das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Und... ...entern. Glaube ich. Hoffe ich. Hey, mach ruhig gut. Ich kann doch... Ne, ich kann schlagen, aber ich will mich selber nicht zerstören. So, die ist dann weg. Der kann nicht rauskommen. Der hat einen Slayer. Ja, da kommt niemand raus. Der ist auch gleich tot, weil er stehen geblieben ist. Ausgezeichnet. Okay. Puh, das wird knapp. Das wird sehr knapp hier das hier. Sehr ist es. Was gut ist, ich kann mich hier hinstellen. Baller hier rüber. Hab hier ein Schild. Das heißt, wir haben die... Das Vieh wird mich reingedeut. Ich krieg zwar Schildschaden, aber ist egal. Hey, der wird ins Grafik reingeschubst, was dann ganz bleiben soll. Ups. Ähm... Dann machen wir das mal gerade gar nicht. Dann gehen wir nach... Hier, 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 hier. Hier, als erstes. Dann schießen wir das viel kaputt. Ja, ja, ganz ruhig. Ich muss mit dem erst auf jeden Fall weggehen, bevor ich kaputt gemacht werde. Wobei, ich kann hier auch einfach hingehen und hau den kaputt. Das ist vielleicht viel einfacher dann. Oder? Ich meine schon. Oder kommt gerade irgendjemand Neues hier? Nee, sieht nicht so aus. Auch kaputt. Kannst du nach hier gehen. Und schubsen ins Leere. Bam. Done! Mensch, das war ja jetzt ein bisschen tricky. Wir haben alles am Leben gehabt. Wir haben alles bekommen, was wir hätten kriegen können. Daumen hoch, sag ich nur. Und der Kollege ist max level. Gut, mit seinem Bonus auf XP war das irgendwie klar. Was kriegen wir hier raus? Ein Reaktor-Core. Ne? Okay. Habe ich mir fast gedacht, was jetzt passiert. Okay, wenn also drei Fälle übrig bleiben, kommt immer der Angriff auf das Hakun. Die anderen Fälle sind sofort verloren. Und werden ausradiert von dem Typen. Interessant. Soll ich jetzt nicht fragen, was wir hier noch machen können. Dann können wir irgendwie was Sinniges tun. Wir haben nur einen einzigen Reaktor-Core. Ich wollte jetzt nicht alles dem Arterie-Mack in die Hand drücken, weil er... Aber... Lass mir das machen. Äh, mehr Lebenspunkte haben vielleicht? Bevor wir das machen. Also warum soll ich eigentlich tun? Hm? Fünf Guus zu... Schleim zerstören? Freier Zeichen. Ah, das ist der Boss. Hat mir ja gesagt in der Szene über sich, dass es Schleimboss ist. Protector Corporate Building. Ja, okay. Dann, äh, nö. Dann, weiß was, du kriegst dafür jetzt einen Gut. Und du hast mehr Lebenspunkte erst mal. Oder wir nehmen das beides weg und machen dafür einen Schaden mehr. Aber ich glaube, mehr Lebenspunkte haben hier und mehr Movement haben, ist, glaube ich, jetzt gerade etwas wichtiger als das andere. Okay, auf geht's. Ja, irgendwelche unbekannten Riesenhaufen und gelatinenmäßigen Monster greifen uns an und verteidigen tongefährlichst, Junge. Okay. Oh, 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 ja, das ist wirklich, das ist wirklich Schleim. Was ist denn das Wort? Hier darf keiner vorbei, also packen wir dich mal direkt hier vor. Hm, wir packen den Kollegen direkt daneben, Fragezeichen, eigentlich schon. Und Atelier dahinter. Boah. Schlau, weil ihr seht, ich mir jetzt durchlesen sollen, was das Fiop kann. Oh. Okay. Jetzt muss ich mir gerade mal sinnig überlegen, was man machen kann. Was, 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 was? Okay, das... Was machst du denn überhaupt, du Schleimhaufen? Hai-Flier. Ach, der kann einfach so ein komplettes Feld übernehmen. Warte mal. Massive walk water, but will prevent shooting. Der darf tatsächlich ins Wasser laufen. Vorsicht, gefährlich. Immune to water, der kann wie... Das ist toll, wir sind eh in der Wüstenkarte. Ich weiß, Wasser habe ich eh gerade keine Probleme. Das heißt aber trotzdem, wir müssen dieses Schleimvieh davon wegbewegen, damit es eben nicht alles am übernehmen ist. Bevor wir aber das machen, ich glaube, hier hinstellen, schieße ihn weg, dann wird er hier rüber geschmissen. Das heißt aber auch, dass wir damit Probleme haben. Wieso hat er nur drei Lebenspunkte? Also guck, warte mal, irgendwie, irgendwie wirkt das ein bisschen komisch. Erstmal sorgen wir, dass das Ding dann wegkommt hier. So, dann hauen wir den Typen erstmal nach vorn. Frazeichen. Oh, oh, super, daraus mehr... Au, au, perfekt geflogen. Perfekt geflogen. Allerdings, dass es natürlich trotzdem mehr Schleim wieder rausgeworden ist. Das war jetzt nicht ganz, was ich vorher hatte, ehrlich gesagt, aber... Das heißt, ich muss nach hier gehen. Und den hier zurückzuschießen. Okay. Ich glaube, viel bessere Sachen hätte ich nicht machen können. Außer die Tatsache, dass der Kollege gleich Schaden kriegt, aber... Wie viel Schaden machst du überhaupt? Hoffe ich nur einen. Einen, einen, ah, pfff. Läuft. Klappt schon. Der kriegt den Schaden. Der ist kaputt. Okay, okay. Ich bin fast genervt zu sagen, wir gehen nach hier. Und schießen hier die Typen alle mal brav auseinander, wie es sich gehört. Daraus werden noch mehr. Jetzt hör mal auf. Lass uns boxt den schon mal. In den Fergen, wenn es geht. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gerade kein Fan von der Idee, dass ich da nochmal Schaden drauf fahre, weil da wird ja noch mehr kleiner Schiss draus. Auf der anderen Seite, da sei ich ein bisschen wie... Ich kann doch gar nichts aus hier, oder? Ist auch wieder einer kaputt. So muss es ja auch sein. Okay. Was soll ich das überhaupt noch machen? Ich hab drei... Okay, wir sollen noch was verteilen, wenn wir so viel Guss zerstellen, wie möglich ist. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Das sind aber sehr viele Typen gekommen. Oh, jetzt wollen die wieder alles hier einnehmen und kaputtschießen hier. Ist das viel größer geworden gerade? Nee, jetzt, oder? Jetzt passiert ein bisschen gerade viel hier, aber... Nee, jetzt viel ist nicht größer geworden, ich wollte mich gerade sagen. Dann gehst du hier hoch. Und verhinderst da, dass irgendjemand was machen kann. Ratsch. Ähm... Was hat das hier eigentlich vor? Macht das irgendwas? Not attacking. Weißt was? Nehme ich. Dann gehe ich mich auch hier. Ich schieße ihn hier runter. Kann der ja auch nicht mehr angreifen. Und... Dann haue ich so einen Schleimhaufen direkt tot. Okay. Ah, natürlich. Der Schleim geht hier rüber wieder. Von allen Seiten auf mich noch draufsteigen. Ich muss doch nicht die Runde irgendwie rumkriegen, ohne dass ich hopsgehe. Oh, Mann, die viel Schaden auf einmal. Der muss aber irgendwie weg noch. Das heißt, man... Der macht überhaupt nichts. Weißt du, ist mir egal. Wenn er nichts machen will, dann ist er... Nicht mal ein Problem. Ist der schon mal tot? Und... Können wir noch irgendeinem anderen Typen wegbashen? Achso. Äh, müssen den noch wegmachen. Gut. Jetzt können wir irgendjemand uns noch kaschen und ganz kaputt prügeln, wie es sich gehört. Komm, was war der? Schlafen wir mal einen Tod. Läuft. Glaub ich. Oh, nein. What? Der hat doch nicht... Eih. Oh. Kann ich... Oh, for fuck's sake. Wirklich. Das Vieh hat doch nicht angegriffen, stand da eben. Ja, leck mich in die Täschi. Jetzt ist jemand gestorben. Ah, so ein Unsinn. Jetzt ist der Typ tot. Na, das hat ja geklappt. Die Kanzler hat stand da daran, dass er nichts macht. Oh, macht der was? Aufs Spiel. Jetzt, wirklich. Och. Wir haben gewissermaßen auch einen Piloten hier, aber trotzdem. Was sollt der denn jetzt? So ein dummer Schwachsinn. Seriously. Weil ich da habe mich doch gewundert, warum der nichts in der... Oh, das ärgert mich jetzt. Weil da hätte ich mich doch nicht dahingestellt. Ach, Dreck... Fuck... Pssst. Spiel. Wirklich. Nee, finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay, das hier. Boah, ist der einfach gestorben? Weil ich... Pfff... Hey, habe ich das wirklich gerade nicht gesehen? Oder... Da stand doch drin, der macht nix. Oder das noch Attack oder so. Kram steht da dran, da ist doch nix angereift. Weißt du was? Fuck it. Ärgerlich. Absolut ärgerlich. Ich hätte sagen können, das Spiel zu zwischendurch mal so Sachen erzählen, die nicht wirklich da sind. Brood, was hat er denn hier? Ein Grapplinghook? Nee, danke. Ich brauche keinen Grapplinghook. Boosters. Springen? Nein. Smokesdrop. Oh, aber wir können einfach sagen, hier ist jetzt überall Smoke davon. Kann ja gar nicht was machen. Das wäre, glaube ich, manchmal gar nicht schlecht. Aber das war jetzt wirklich dreckig beschissen, oder? Ach, Mensch. Das lässt mich gerade keine Ruhe her. Das hat so eine dreckige Kacke gehabt. Target Strike. Any Class. Call Strike. Wir sehen es einen Tod. Nee, wird einfach nur... Sehe ich jetzt doch... Sehe ich nicht unbedingt sehr viel sinnige Sachen dran. Auf dem Sale. Das ist billiger jetzt. Ja, aber trotzdem, was du sagst. Damage. Nee, nee, danke. Brauchen wir nicht, glaube ich. Ich meine, vielleicht kann man es brauchen, aber... Ich glaube, ich wohn mir lieber... Permanent Upgrade of the Great Retour. Ich glaube, das wäre gar nicht so eine verkehrte Idee. Oh no, es sind noch zwei hier vorne. Oh Gott, was kotzt mich das jetzt an. Was kotzt mich das an, dass ich das nicht gesehen habe. Also, wie gesagt, ich habe mal in Erinnerung, dass der nicht... Oh, der greift nicht an, dann kann ich ja stehen bleiben. Sonst wäre ich ja nicht stehen geblieben dort. Drecks scheißen Dreck hier. Weißt du was? Aber man muss ja mal alles zehnmal checken, habe ich langsam einen Eindruck. So, warten wir mal jetzt mit den zwei Energie allerdings. Jetzt haben wir hier so einen Bob-Pilot natürlich. Drin, der mich toll ancast. Ich meine, der macht den Job genauso wie der andere wahrscheinlich auch. Aber trotzdem ist es doof. Mensch, 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 hier. Was heißt, kriegst du mal einen Punkt? Ich weiß noch, du kriegst zwei Punkte. Du schießt jetzt meine Tore. Ich los bin lustig. Na gut. Und du bleibst leider... Bleib... Bleib... Du bleibst weiter bei deinem... Doch, du machst das so weiter. Oh Gott. Ja, damit haben wir diese Sache auch geschafft. Und wieder haben wir hier eine Sache freigeschaltet bekommen. Final Mission. After securing two corporate islands, the final mission is available to complete. Oh, es gibt auch eine Endmission hier, so sozusagen. Gut, gut. Difficulty. Difficulty is the scale to end progress. Fighting it below in a much-tent-attent-attent-attent-attent-attent islands. Okay. Also wir können da jetzt schon hingehen, aber... Der Kampf wird dementsprechend leichter oder schwieriger, dementsprechend was für einen Fortschritt ich im Spiel hätte. Okay. Und wenn ich jetzt noch mehr Leute rette, gibt es mehr Punkte am Ende. Hm. Also kann ich hier oben zu der Laberecke hingehen und da voll den Stress machen, den Last Stand machen. Oder ich kann auch weiter versuchen, erstmal hier Inseln zu retten in irgendeiner Form. Ich bin fast genervt zu sagen, wir retten erstmal Inseln, weil ich keine Ahnung, was ich hier tue. Vor allem habe ich jemanden verloren und den möchte ich gerne erstmal durch einen sinnigen Piloten austauschen. Ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich habe nämlich nicht daran gedacht, dass wir jetzt alles erledigen können mit dem Haufen, den wir da gerade haben. Ich meine, ich kann ja nicht schlecht gucken, oder? Ich meine, ich kann jetzt reingehen und sagen, oh, mal gucken. Und dann gehe ich wieder, aber... Nee, nee, komm. Gehen wir doch erstmal hier weiter. Hm. Pinnacle Robot Head Office. Wobei, auf der anderen Seite hätte man sagen können, fuck it. Nach dem Motto, wie ich das eben schon wie angekäst hatte. Gehen wir mal direkt hier hops bei, der versucht beim Endkampf zu schaffen. Allerdings muss er nicht unbedingt sein. Na gut, versuchen wir es erstmal weiter. Robotics Head Cue. Okay. Jetzt haben wir aber mehr Eis und sowas am Start. Hm. Wir kriegen direkt wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Teil mehr dazu. Defend Robot Factory, oder? Hm. Oh, wait a second. Stimmt. Weil der andere Pilot einen mehr Energie hat, da konnte ich mir das Movement auch noch holen. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Da muss ich aufpassen. Gut, was haben wir hier? Also Robotics Repair, Defend. Da kriegt man halt zwei Sterne dazu. Und hier kriegen wir einfach... Sollen wir nur drei Teils blocken? Das hört sich ein bisschen zu einfach beinahe schon an. Ich dachte, hier ist relativ schwer. Fangen wir erstmal hier an. Erstmal zu gucken, was hier in der Eislevel so am Rollen ist. Wobei ich habe eben gar nicht darauf geachtet, was wir für Gegner überhaupt hier kriegen. Na, als ob ich mir jetzt was dran drehen könnte, in einer Form. Äh, hm. Irgendwie haben wir jetzt auch Verbündete auf der Karte rumlaufen, wie die aussieht. Mienen Roboter? Wirklich? Was machen die eigentlich? Die sind immut zu Smoke. Sie machen also immer ihren Angriff. Und lassen Mienen liegen. Mensch. Das Wort habe ich mir fast gewünscht. Solange es für mich kämpft oder so. Defend, Boast, Robot. Oh, ich soll die Roboter auch noch verteidigen. Das ist ja toll. Moment, was machen die Typen jetzt? Okay, der tut erstmal scheinbar Felsen um sich produzieren, bevor er Schaden macht, scheinbar. Okay. Und du? Du hältst fest und haust, Leute, mit drei Schaden. Das ist eine Menge. Du schießt mit drei Schaden. Das ist auch nicht unbedingt gut. Okay. Ich meine, da kann ich jetzt eh nicht viel dran drehen gerade in dem Zusammenhang, aber... Machen wir so. Problem ist, das Wasser ist natürlich jetzt nicht offen, sondern zu. Ich kann also niemand ans Wasser mal ganz reinschubsen in der Form. Und die Roboter laufen rum und sagen, Holly, Waldfee... Oh, das ist nicht gut. Vince, halten diese springenden Teile nicht viel aus. Okay, ich soll die Roboter ja verteidigen. Ha. Und die halten wirklich nichts aus. Das heißt, ich muss den sofort... Wie soll ich das machen? So ein bisschen wie... Oh, wait a second. Wie habt ihr das euch jetzt vorgestellt, wie ich das machen soll? Den könnte ich natürlich hier runter schubsen und dann den direkt kaputt schlagen. Also, wir schießen direkt so. So, dann... Ne, so ist falsch. So, ne, halt. So, da müsste ich da gehen. Ups. Und dann schieße ich so hin. Und durch den hier runter, dann schießt er den schon mal nicht mehr kaputt. Das ist Eis. Oh, kaputt gegangen ein bisschen. Oh, wait. Kann ich den jetzt da reinschubsen? Das wäre eine interessante Sache. Ähm. Mein Problem ist... Ich glaube, hier verliere ich gleich überall tausende von Typen. Hier habe ich nur gerade einen Eindruck. Ähm. Was mache ich denn jetzt? Ach Gott. Ich muss dich verteidigen irgendwie. Und wo ist der andere Roboter überhaupt? Ach, hier vorne. Und der wird jetzt von allen Seiten angegriffen. Das ist natürlich toll. Wie soll ich jetzt vor der Gegend tun? Gar nicht, oder was? Oh, wait a second. Angenommen, ich gehe jetzt hier rüber und schieße da runter. Was ist denn da entstanden? Da kriegt der nur... ...einen Schaden, aber nicht genug. Das ist doch Käse, das hier. Ich komme... Ich komme überhaupt nicht vorbei. Kann das sein? Ja, das ist eine Roboter schon mal kaputt, wie der aussieht. Ähm. Hat das doch Käse hier gerade. Ich meine, anders ausgedrückt. Bewegen sich nochmal? Ach, die bewegen... Wait a second. Die bewegen sich selber nochmal. Ah, da muss ich vielleicht gar nicht mehr... ...gar nicht so einen großen Kopf machen, sehe ich gerade. Ha. Nehmen wir mal einfach an, dass es so ist. Der brennt jetzt gleich. Aber ist egal. Wir retten erstmal das Haus da vorne. Der brennt jetzt, aber ist egal. Ich kann das ja auch gleich löschen mit dem, wenn ich ober Naturspaß. Und dann gehe ich hier hoch. Wir machen so weit. Trotzdem ist das Ding gleich kaputt. Schicksal, hätte ich fast gesagt. Ja, schön. Ich weiß, dass es ein Burning Mash ist. Ist mir schon klar, dass er brennt und Schaden kriegt. Feuer Schaden als erstes. Warte mal. Wait, what? Hatte ich nicht eben gerade noch geguckt und gesehen, wer die Reihenfolge hatte, wer zuerst rankommt und so weiter und so fort? Warte mal, warte mal. Stopp, stopp. Spiel, Spiel. Hör mal auf Bullshit hier zu treiben gerade. Ich möchte jetzt mal Antwort hier haben. Hier. Hey, stopp. Aufhören. Feuer Damage. NPC-Bots, die wären zuerst dran gewesen, bevor die Gegner dran kommen. Wieso? Wieso sind die denn geklatscht worden? Die NPCs kommen vorher dran. Wieso sind die geklatscht worden dann? Das macht auch keinen Sinn. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Oder meinen die, dass die Aktion nur von denen kommt? So was wie... Da muss doch Bewegung mit drin sein, oder nicht? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Das muss ich hin und vorne nicht verstehen hinter dir. Dich kippe ich ins Wasser, Junge. Oh. Und er geht gar nicht tot. Okay, eben. Turn. Ich merke, jetzt werde ich... Jetzt werde ich... Jetzt werde ich, weil ich jetzt angefressen bin von eben noch, tue ich jetzt sehr viel dummes Zeug gerade machen. Das ist keine gute Sache, er hat für mich. Aber wir fangen jetzt an, glaube ich, erst mal hier ein paar Typen zu erschießen an. Hier, komm, du bist schon mal tost. Du machst erst mal den Felsen mit weg. So. Dann bewegen wir uns hier vorne rüber und schießen hier die Typen alle auseinander. Ach, das sind Gefrierfall ist das auch noch. Na toll. Dann gehe ich mal schnell nach. Toll, brenne ich schon wieder. Äh. Alter, wie viel Schaden machst du überhaupt? Zwei. Und AOE-Schaden außenrum. Jetzt hör mal auf. Dann mach ich, dann schubse ich dich jetzt irgendwo anders hin, würde ich mal sagen. Warte, du brennst. Vielleicht. Und. Wait, is that what? Sag mir jetzt nicht, dass er sich umdreht und gleich auf die anderen Schaden macht danach. Das sieht aus, ob er sch... Oh nein, der wollte zu mir rüber schießen. Jetzt zerstöre ich noch mehr als eh schon. Oh mein Gott. Das ist die desaströseste Runde aller Zeiten, wird das. Oh nein, 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 nein. Ja, zerstört. Da hat der Vater, wenn sich das Wäse selber beschossen. Hat wie eine Resist, danke dafür, aber der Rest ist korrekt im Arsch. Fuck, Junge. Oh Gott, nein. Was mache ich hier? Um Helm zu willen. Was passiert hier gerade? Unit fliegt 10. Defense is called. Okay, wenn er jetzt Schaden kriegt, kriegt er doppelten Schaden, schauen wir mal, weil er Säure-Schaden gekriegt hat. Schön zu wissen. Holy fucking shit hier. Defend the robots. Ja, das können wir knicken jetzt, die Idee. Ich bin mir nicht mehr in der Lage, mich überhaupt selber zu verteilen, wie das aussieht. Äh, hm. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier gerade alles machen soll. Problem ist, ich habe auch gleich verloren hier. Ich habe noch drei, drei Gebäude gehen nach Hopps, dann habe ich das hier verloren, das Ganze hier. Kann doch nicht sein, das hier. Erst mal boxe ich dich weg. Dann müsste ich schnell hier runterfahren, was ich nicht kann. Ich komme nicht hier schnell genug hin. Die, pff, ja, sind weg. Das Ding ist weg. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das weg. Ich kann nichts dagegen tun. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist noch schnell, Leute zu retten an anderen Ecken hier. Was sind wir hier? Äh, nein. Nein, das habe ich nur noch verklickt. Oh Gott, das fällig. Was mache ich hier eigentlich? Ist nicht gut, ist nicht gut. Wir hauen den anderen trotzdem noch raus. Tschüss, Junge. Das ist ein absolutes Desaster hier. Das ist so desaströs, habe ich noch nicht gespielt. Das gibt es überhaupt nicht. Er verreckt gleich durch Feuerschaden. Der killt den da oben jetzt. Hat resistet glücklicherweise. Wir haben nur noch zwei Schläge, kriegen wir ab und dann sind wir tot. Und die gehen auch nirgendwo scheinbar irgendwo rein. Holy shit, noch zwei. Ich wüsste... Alter, hört mal auf, wenn wir aufhören mit dem Scheiß. Last turn. Wir überleben das hier nicht. Wir überleben das hier nicht, wenn es so weitergeht. Wieso kann er da nicht hingehen? Ach, weil er im Feld fehlt. Oh nein. Erst mal den hier oben klacken. Der ist immer noch nicht tot. Warte mal, habe ich mich nicht... Oh mein Gott, der kriegt halben Schaden nur. Beziehungsweise reduce one death. Er ist mir klar, warum ich den nicht kaputt gekriegt habe. Ja, dann sind wir over leider. Das ist jetzt ein Desaster vor dem Herrn. Ja, wir sind tot. Ich wüsste nicht, wie wir das schaffen noch sollen. Weil der hier vorne killt gleich das hier. Und dann ist es vorbei. Die Gegner haben plötzlich Sachen am Start gehabt, wo ich nicht mitgerechnet habe. Und natürlich dann noch verklicken und dummes Zeug anstellen. Das ist alles ein Riesendesaster auf einmal. Kann ich irgendwie noch Heilung raushauen? Komm, wir nutzen die jetzt mal. Einfach mal Heilung holen. Einfach mal Heilung holen. Weil ich habe nämlich keine Lust, jetzt irgendwie lange Repair-Sachen auszubauen. Das heißt, das hier hat nicht geklappt. Das heißt, alles, was wir machen können, wir schießen auf den, damit wir den kaputt kriegen. Aber dann ist das Ding... Ja, komm, weißt du, was wir... Ah, nein, nein, wir können nicht mehr resetten. Nein, nein, nein. Und das war auch die komplette Runde, die ich hatte. Da vorne komme ich nicht hin. Ja, Game Over, ne? So ein bisschen so alles nach dem Gesehen. Ich komme links vor mir hin. Ja, vorbei. Wieso sind die jetzt gestorben? Wieso sind die jetzt gestorben? Was ist das? Danke. Okay, wir haben es irgendwie überlebt. Aber ich habe ein paar Sachen gerade nicht verstanden, was hier passiert ist. Das war ein absolutes Desaster. Da hätten wir auch genau dran Hops gehen lassen können. Jetzt sind wir noch ein Level-Up. Danke. Oh, toll. Das... Ah, das Powercruge übernehme ich also für die Mission. Gut zu wissen. Das ist mir nämlich noch nie passiert, da ich hier überhaupt Schaden gekriegt habe. Ha. Wir sollten auf jeden Fall also jetzt was dafür kriegen, dass wir mehr Energie kriegen, also sofort in die Mission machen. Um Himmels Willen, war das ein Desaster gerade. Irgendwas habe ich eben nicht verstanden, was passiert ist. Es wird noch schlimmer, kann ich mir vorstellen. Direkt in die Mission rein. Ich gehe jetzt schon mit dem Gedankentum da rein, dass gleich das Spiel komplett vorbei sein wird. Absolut vorbei sein wird, weil absolut nicht raffig, was hier passiert irgendwie gerade, habe ich den Eindruck. Das kommt davon, wenn man versucht, zwei Videos einander aufzunehmen. Nach gewissen Anzahl von Minuten ist man einfach nicht mehr aufnahmefähig. Okay. So, was hat er jetzt? Alpha, Alpha, okay, das ist stärker als normale und die machen so ein... Wenn jemand angreift, tut er immer die ganze Reihe angreifen. Okay, das habe ich eben schon gesehen. Aber der hat diesmal nicht eine Rüstung. Danke. So, was haben wir sonst noch im Start? Wir haben den hier, der schießt indirekt. Der macht einen Schaden. Okay, die anderen kenne ich alle. Okay, wunderbar, wunderbar. Lass uns dich stellen wir schon mal hier. Wir sollen wenig Schaden kriegen und wir sollen den Kohlekraftwerk, der hier ist, verteidigen. Das machen wir doch einfach mal. Und durch den Start. Gut. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem irgendwie nochmal. Aber es ist nichts hier hinzukriegen. Nach zu. Oh, natürlich. Ähm. Ha. Game over, würde ich mal gerade sagen. Wenn der draufhaut, bin ich sofort Game over. Das ist echt eine Katastrophe. Ich muss irgendwie andere Mechs haben mit mehr Power oder sowas. Selbst wenn ich den jetzt hier rüberschlagen soll, reicht es ja nicht. Und das ist ein Fernangriff, den der macht, richtig? Ja, der schießt. Der schießt. Selbst wenn ich den hier rüberrolle oder nach da oder nach hier. Egal, wenn ich damit anstelle. Das reicht nicht. Das heißt, wenn ich schon weiß, dass es nicht mehr klappen wird, wir retten noch schnell so eine Kapsel davon. Quasi. Vielleicht reicht das. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas bringt, aber du kannst versuchen. Ähm. Angenommen, schießen da. Dann ist der... Oh, dann rastet er da rein. Das ist doof. Dann machen wir lieber nach hier hin. Dann macht der einen kaputt wenigstens. Schau mal. So, den haben wir ausgestalten bekommen. Jetzt ist noch einer hier in Gefahr. Ich meine, ich könnte nach hier hin gehen und drauf fahren. Aber wie gesagt, das bringt nicht wirklich was. So ein Sohnrotz. Kann ich wieder da hinfahren? Den kann ich auch noch nicht machen. Shit, Dreck. Das wird zerstört, wenn ein Gegner da drauf ist. Halt mal, wenn wir nicht die Seen gehen und den rüberschießen, ist das Ding kaputt. Ich kann es zwar tun, aber es bringt halt nicht viel. Das ist mal ein Riesenproblem. Der hat auf den. Der hat auf den. Sorry, Zeitkapsel. Okay, wenn ich jemanden tot schieße auf das Feld, geht's. Gut zu wissen. Jetzt ist Red vorbei, oder? Game over. Scheiße. Ja, wir porten's raus. Game over. Naja, es war ein Versuch, ne? Zwei Stunden, sechs Minuten und zwei Insel freigeschalten. Da hätte ich auch genauso gut auf die Vulkaninsel gehen können und mir da ein links-rechts verpacken gehen können, oder? Eigentlich schon. Achso, ich kann jetzt nicht mehr zurückschicken. Ja, sie. Sie wahrscheinlich, weil sie ist der... einer von den Besseren. Sag ich mal so. Mit dem Schilds haben ist gut, weil der Rest ist eher so wie... Nö. Sie ist nur ausbaufähig. Sagen wir mal so. Okay. Das war jetzt Käse, alles in allem gesehen, aber es... Nee, nicht was soll's. Aber es war scheiße. Meine Fresse. Ich hab noch nie so viel Scheiß auf einmal gebaut. Das musst du ja erstmal hinkriegen, oder? Ich glaub schon. Oh, man kann auch die Farben einstellen. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Oh, die sind natürlich verschlossen. Schade. Das wäre sonst schön. Äh, genau. Wir können aber noch eine Sache tun, glaub ich. Wir können... Nee, hier können wir nichts tun. Äh, äh. Können wir nicht... Können wir nicht irgendwie noch sagen, wir schalten was frei? So eine andere Zeitlinie oder sowas? Stimmt! Wir haben eine andere... Oh. Wir haben drei von den, äh... ne, Erfolgen gehabt. Wir können also eine völlig andere Zeitlinie freischalten. Blitzkrieg. Tennis Guard oder diese... Rusting Hulks. Das hört sich irgendwie nicht besonders toll an. Wobei, ist das ein Jäger da drauf? Sieht fast so aus. Nächster Wart, da tun wir aber diesmal nicht entscheiden. Ich würde sagen, da tun wir diesmal noch nicht entscheiden. Verbleiben wir erstmal so. Verbleiben wir erstmal so und sonnen uns in meinem nicht vorhandenen Erfolg und werfen Steine nach mir am besten. Äh, danke für's vorbei, ich schade zuhören. Das war Möker 3 und das war erst mal mein erster Versuch hier in dem Spiel durchzusteigen. Wie gesagt, ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich da einen Piloten verloren habe, aber mein Gott. Ich muss das öfter kontrollieren oder ich muss immer daran denken, dass irgendjemand was machen wird, auch wenn das nicht dran steht, frage Zeichen. Ich muss ja nochmal ein Video selber nochmal angucken, wo ich da den Fehler gemacht habe, weil es... Boah, was kotzt mich das gerade an. Egal. Bis die Tage erstmal und ciao.